Wir sind mittendrin, uns die Eigenschaften der Wahrnehmung zu erschließen. Im letzten Video ging es ja um den menschlichen Sehsinn und die darin eingebaute Selektivität und diese Mechanismen, die dafür sorgen, dass Tendenziell nicht Notwendiges auch gar nicht erst wahrgenommen wird beziehungsweise im Wahrnehmungssystem irgendwann ausgefiltert wird. Und das Ganze führt ja dazu, dass es ein Hypothesensystem irgendwie geben muss, dass die Wahrnehmung rät in gewisser Weise, also gewisse Hypothesen aufstellen muss. Und um genau solche Hypothesen soll es hier gehen. Schauen wir uns diese Folie nochmal an, die Eigenschaften der Wahrnehmung, die wir beim letzten Mal schon erarbeitet haben. Wahrnehmung ist immer selektiv, ich sehe nicht alles auf einmal, das heißt immer nur ein kleiner Teil wird tatsächlich vom Auge wahrgenommen. Das haben wir ja vor allen Dingen letztes Mal besprochen, auch was laterale Hemmung und so angeht, wie also so eine Signalvorverarbeitung schon im Auge passiert und dadurch schon eine Vorauswahl passiert. Auch wenn man sich das Thema der präattentiven Wahrnehmung nochmal zu Gemüte führt, da steckt ganz stark eine Selektivität drin, die wir auf mehreren Ebenen im Wahrnehmungssystem haben. Das Ganze ist deswegen konstruktiv, das heißt unser Gehirn baut uns, quasi unser Bewusstsein, daraus immer wieder ein komplettes Bild zusammen, sodass wir den Eindruck haben, quasi immer vollständig informiert zu sein, alle Informationen zu haben, obwohl eigentlich zu einem Zeitpunkt immer nur wenige Signale das Gehirn erreichen. Das Ganze funktioniert dadurch, dass das Wahrnehmungssystem auf gute Art und Weise rät. Und das ist das, was wir auch jetzt mit Hypothesen betitelt haben. Also dieses Raten, wie sich die Dinge verhalten, also Raten, wo man als nächstes hingucken muss, um das Relevante auch wahrnehmen zu können und auch Raten im Sinne von, ich rate etwas dazu. Wir hatten zum Beispiel über die Change Blindness gesprochen, da steckt also quasi die Hypothese dahinter, dass sich nicht die ganze Umwelt ständig ändert. Wenn ich auf irgendetwas achte, was mir wichtig ist, dann gehe ich nicht davon aus, dass sich auch die komplette andere Umwelt ändert. Und das ist ja durchaus eine plausible Annahme. Es ist ja nicht so, dass wenn ich zum Beispiel durch einen Waldweg gehe und dann irgendwie meine Aufmerksamkeit vielleicht auf ein Tierfeld, was da langläuft, dass deswegen der Wald auf einmal verschwindet oder währenddessen der Wald verschwindet. Wenn das passieren würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das nicht mitkriegen oder zumindest, naja, einige Änderungen nicht mitkriegen. Der ganze Wald, der verschwindet, würden wir vielleicht schon noch bemerken. Dass das so ist, dass die Aufmerksamkeit so gelenkt werden kann, ist sehr gut angelegt vom Wahrnehmungssystem, kann aber ausgenutzt werden. Zauberkünstler sind darauf aus, genau das auszunutzen. Das ist genau ihr Metier, dass sie die Aufmerksamkeit so auf etwas lenken, dass wir das, was eigentlich passiert, nicht bemerken. Und dann sind wir auf einmal was erstaunt, was eigentlich passiert ist. Ja, diese Hypothesen, wir haben schon darüber gesprochen, es gibt individuelle Hypothesen, die wir erlernt haben. Da sehen wir gleich ein sehr schönes Beispiel zu. Und es gibt genetische Hypothesen, also quasi eingebaute, in unser Wahrnehmungssystem direkt eingebaute Hypothesen. Und auch davon werden wir gleich einige zu sehen bekommen. Es geht also jetzt in diesem Video um die Hypothesenbildung. Schauen wir uns mal ein schönes Beispiel an für fest eingebaute Hypothesen. Und zwar jetzt in diesem Falle mal nicht bei Menschen, sondern in der Tierwelt. Und da haben Biologen ganz interessante Untersuchungen gemacht. Die sind hingegangen und haben, naja, bei Tieren, jetzt hier in diesem Falle mal bei so einem Vogel hier oben und das ist ein Schwarzdrossel und unten so eine Kröte, so ein Frosch, mal geguckt, worauf die eigentlich wie reagieren. Und man hat festgestellt, die reagieren auf sehr einfache Formen und Bewegungen und interpretieren die entsprechend dem, was bei ihnen offensichtlich eingebaut ist. Denn sie machen das schon von Anfang an. Sie erlernen das also nicht, sondern schon eine frisch geschlüpfte Drossel und auch ein junger Frosch, eine junge Kröte reagieren schon auf diese Art und Weise. Und zwar ist das folgendermaßen. Für diese Drossel ist die Frage ja immer, die sitzt ja frisch geschlüpft im Nest und dann ist die Frage, jetzt kommt irgendjemand an, ist das Mama und Papa, die jetzt was zum Essen bringen oder ist das vielleicht ein Fressfeind? Und die Unterscheidung wird anhand ganz einfacher Muster getroffen. Wenn etwas so aussieht, also ein großer Kreis und dann ein kleinerer Kreis, der da dran ist und zwar auch nur einer und zwar ungefähr in diesem Verhältnis, dann ist das die Mama. Wenn das Ganze so aussieht, dass der Kreis, der andere Kreis, der da dran hängt, größer ist, dann ist das nicht die Mama und auch wenn es so aussehen sollte, dann ist das auch nicht die Mama. Das heißt, diese einfachen Muster werden vom Wahrnehmungssystem einer solchen Drossel offensichtlich erkannt und es wird direkt daraus geschlossen, worum es sich dabei handelt. Der Kröte ist etwas anderes Interessantes zu beobachten, nämlich, das kann man auch in einem Experiment feststellen, dass man, wenn man so eine Art Stock oder sowas hat, also oder ein lineal, ein längliches Gebilde, dann wird unterschieden, wenn man das längliche Gebilde der Länge nach weiter wegzieht, also wenn man das so weg bewegt, dann schnappt diese Kröte danach, dann ist das nämlich offensichtlich Beute. Wenn aber dieses längere Stück auf die Kröte zukommt, sich also quer zu seiner Achse bewegt, dann wird das als Räuber interpretiert und der Frosch oder die Kröte nimmt entsprechend Reiß aus. So, das sind Hypothesen über die Umwelt, die in der Tierwelt hier fest eingebaut sind, also fest im Wahrnehmungssystem verdrahtet sind. Das festzustellen, ob etwas fest verdrahtet ist oder nicht, das ist nicht so ganz einfach. Ach, denn, naja, woran will man es noch feststellen, wenn man erwachsene Leute hat, ob etwas schon vielleicht in frühester Kindheit erlernt wurde oder ob es angeboren ist. Das ist nicht leicht festzustellen und es ist für uns auch nicht so wahnsinnig von Belang. Es gibt da durchaus ganz interessante Untersuchungen zu, aber für uns ist eigentlich nur wichtig, dass es diese Hypothese gibt. Und wenn das eine ist, die wir als kleines Kind schon erlernt haben, weil sie in unserer normalen Umwelt halt eine große Rolle spielt, naja, dann gilt sie für uns halt auch in Nutzungsschnittstellen-Design, egal ob fest eingebaut oder erlernt. Form und Bedeutung zu erkennen, und da haben wir ein Beispiel eigentlich genau für die andere Seite, hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Wenn ihr euch dieses Bild hier mal anguckt, dann kann man sich schon fragen, was ist das eigentlich? Jetzt könnte von der NASA vielleicht irgendwas sein, so eine ferne Sonde, irgendwie so eine Sonde, die man vor Jahrzehnten mal rausgeschickt hat, die dann irgendwie so einen Planeten abtastet. Ist es aber nicht. Vielleicht aus dem Kontext heraus, wenn man das Bild ganz sieht, dann könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich denken, aha, es handelt sich wahrscheinlich hier um eine Ultraschallaufnahme eines Kindes. Und im Kontext erkennt man das auf einmal auch. Aber was sehen wir da eigentlich? Naja, unser Eins sieht eigentlich nicht viel dort. Und wenn man dann jetzt aber einen Arzt fragt, der solche Ultraschallaufnahmen häufig macht, der erkennt da ganz andere Dinge drauf. Der kann dann auf einmal sagen, das ist doch eindeutig ein Junge oder ist doch eindeutig ein Mädchen oder so etwas. Oder er erkennt, ob irgendwelche Krankheiten vorliegen. Das erkennen zu können, bedeutet, dass man Erfahrungen haben muss. Das mit den Erfahrungen sieht man auch schön an diesem Beispiel. Das ist relativ bekannt, das Beispiel. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und jetzt kann ich euch fragen, was seht ihr eigentlich da? Und ich nehme mal an, dass die allermeisten von euch dort auf diesem Bild einen Hund sehen. So ein Dalmatiner oder so ein gefleckten Hund jedenfalls, der so mit der Schnauze nach unten am Boden vielleicht was schnüffelt. Und oben links in der Ecke, da sieht man einen Baum. Und der Baum wirft einen Schatten unten auf den Boden. Dass man das so wahrnehmen kann, setzt voraus, dass man das, was man jetzt annimmt, auch überhaupt kennt. Wenn ihr also in einer Gegend aufgewachsen seid, wo es gar keine Hunde gibt, oder man hat euch immer nur in der Stadt aufwachsen lassen und hat euch nie irgendwelche Bilder von Hunden gezeigt, habt auch im Fernsehen oder sowas nie Hunde gesehen, stellt euch das so mal vor, dann werdet ihr hier auch keinen Hund entdecken. Das heißt, man braucht eine Dalmatiner-Hypothese, wenn man so will, damit man hier überhaupt einen Dalmatiner sehen kann. Wenn man diese Hypothese gar nicht hat, dann sieht man hier an dieser Stelle auch nichts. Das Gleiche gilt für diese Bildchen hier. Und auch hier, denke ich mal, seht ihr wahrscheinlich alle das, was ich auch sehe. Auf der linken Seite auch wieder ein Hund, der da so in so einer Sitzposition verharrt. Und auf der rechten Seite einen, ich würde annehmen, einen jungen Menschen, der in so einer Hockeposition sitzt, als wollte er gleich um die Wette laufen. Und auch hier ist es so, dass man diese Gegenstände, diese Gegebenheiten kennen muss. Wenn man das nicht kennt, dann erkennt man in diesen Flecken das überhaupt nicht. Es ist auch erstaunlich, wie gut es unser Wahrnehmungssystem hinkriegt, Tiefe zu strukturieren aus relativ wenig Information. Aber auch das setzt immer voraus, dass man das erkennen kann, was drauf zu sehen ist. Schaut euch dieses Beispiel an. Das hat in den letzten Jahren in der Vorlesung immer für einigermaßen Verwirrung gesorgt. Auf der linken Seite sieht man, denke ich mal, eine Person, die auf einer Bank sitzt und vielleicht irgendwie die Hände vorne so übereinander geschlagen hat. Das sehen die allermeisten Leute so. Rechts sehen viele Leute nichts. Aber wenn man einmal was da gesehen hat, dann kann man das nicht mehr nicht sehen. Ich sage euch mal, jetzt auf der rechten Seite sieht man eine Darstellung von Jesus. Oder wenn ihr vielleicht nicht so die religiösen Typen seid, könnte man auch sagen, man sieht vielleicht eine Darstellung von Che Guevara. Seht ihr die? Also man müsste jetzt irgendwo ein Gesicht sehen und dann setzt sich nach unten einen Körper so fort. Wenn ihr das nicht seht, ich blende euch mal kurz was ein. Augen, Nase, Mund, ganz grob eingeblendet. So, seht ihr jetzt ein Gesicht hier? Wenn man es einmal gesehen hat, hat man keine Möglichkeit mehr, es nicht zu sehen. Dann ist nämlich das entsprechende Wissen da und man kommt nicht wieder davon weg. Man sieht dann immer diese Figur hier drin. Es ist überhaupt sehr schwierig, irgendwelche Anordnungen von zufälligen Punkten oder von, naja, irgendwelchen Verteilungen zu sehen, ohne da drin irgendetwas zu erkennen. Wir haben offensichtlich das Bedürfnis in unserem Wahrnehmungssystem, immer komplexe Zusammenhänge der Strukturen zu erkennen und nicht einfach nur irgendwelche nicht zusammenhängenden Reize wahrzunehmen. Das sieht man hier zum Beispiel, das ist eigentlich das schönste Beispiel dafür der Sternenhimmel, dass es immer schon die Leute wohl dazu gereizt hat, im Sternenhimmel an der eigentlich ja relativ wirren Anordnung von Punkten Zusammenhänge zu sehen und dann Sternbilder zu sehen. Und auch hier liegt es irgendwie nahe, dass man irgendwie solche Figuren sieht. Und man kann eigentlich gar nicht umhin, solche Figuren sich zu rekonstruieren. Das ist auch etwas, was euch vielleicht schon mal so gegangen ist. Vielleicht, wenn ihr mal irgendwo an der Küste spazieren gegangen seid, da gibt es das oft, dass irgendwelche Felsen so Namen haben wie der Räuber oder irgendwie sowas und irgendwelche solche Dinge, die Hexe. Dann haben also offensichtlich Leute mal, also häufig zumindest ist das so, in dieser Figur oder in dieser Felsformation etwas gesehen, ein Gesicht gesehen, eine Körperstruktur gesehen und schreiben dann dem die so zu. Und häufig ist es auch so, dass man das erstmal nicht sieht. Aber wenn man das dann einmal gesehen hat, dann sieht man das immer. Oder es ist zufällig, dass man das sieht. Bei diesem Bild hier, das ist ein Ausschnitt aus einem Video, das ein Kumpel von mir gemacht hat in Australien. Das ist die Oper von Sydney. Man kennt meistens eher das Bild vom Wasser aus, beziehungsweise von dem anderen Ufer aus. Aber so sieht das aus, wenn man da davor steht. Und ich sehe in diesem Bild immer ein Gesicht. Und ich kann mir nicht helfen, ich sehe es immer. Und das Gesicht zeige ich euch auch einmal kurz. Also irgendwie so ein cooler Typ mit so einer Sonnenbrille auf und dann ist da drunter Nase und Mund. Ich komme nicht umhin, dieses Gesicht hier drin zu sehen. Das heißt, wir haben dieses Bedürfnis, halt Strukturen da hineinzusehen. Gerade Gesicht da irgendwo hineinzusehen, sogar besonders stark. Denn, klar, unser Wahrnehmungssystem ist natürlich auch darauf ausgelegt, für das Leben in einer Gruppe. Und in Gruppen ist es nun mal wichtig, dass man Leute erkennen kann, andere Menschen erkennen kann und andere Menschen auch unterscheiden kann. Deswegen haben wir natürlich einen besonderen Sinn dafür, quasi Gesichter zu sehen. Es ist sogar eine Erkrankung, die man haben kann, dass man gesichtsblind ist. Das sind Leute, die sind nicht blind, die können alles sehen. Aber sie haben diese Möglichkeit, Gesichter zu erkennen und zu unterscheiden, nicht wie wir das haben. Das ist etwas, was man sich nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, diese Einschränkung zu haben. Das ist eigentlich, finde ich, eines der schönsten Beispiele dafür, dass die Wahrnehmung von der Erfahrung abhängt. Das ist hier ein Bild, das heißt Liebesbotschaft der Delfine von Sandro del Prete. Das hängt in einem Museum, in einem Museum mit dem Namen Illusorieland. Das ist in der Schweiz. Das ist ein Museum, das beschäftigt sich mit optischen Illusionen, mit Wahrnehmungstäuschungen überhaupt. Dichau ist bestimmt ein Besuch wert, dieses Museum sich mal anzugucken. Ich habe da die Erlaubnis eingeholt, das hier für die Veranstaltung zu benutzen, dieses Bild. Ja, und was sieht man da? Was seht ihr da? Ja, natürlich habt ihr Delfine gesehen. Nein? Habt ihr keine Delfine gesehen? Was seht ihr denn da? Also man sieht, wenn man erwachsen ist und eine bestimmte Erfahrung hat mit bestimmten Darstellungen, sieht man hier eine Aktdarstellung. Und wenn man das Kindern zeigt, kleinen Kindern, dann sehen kleine Kinder in diesem Bild Delfine. Das ist verblüffend. Wo seht ihr denn hier Delfine? Ich zeige das euch größer und wenn ihr euch das jetzt größer seht, dann seht ihr bestimmt auch Delfine, oder? Guckt mal nicht das Weiße als die Figur an, sondern das Schwarze da drin als die Figuren an. Und dann seht ihr da Delfine, sogar eine ganze Menge. Nämlich Delfine, die teilweise noch einen kleinen Delfin im Maul haben. Aber es ist auf jeden Fall ein Wimmelbild von Delfinen. Wenn man das Ganze aus größerer Entfernung anguckt und dann das Helle als die Figur ansieht, vor einem dunklen Hintergrund, dann erkennt man auf einmal ganz was anderes. Aber nur dann, wenn man solche Darstellungen auch kennt. Wenn man solche Darstellungen nicht kennt, dann kann man das da drin auch nicht sehen. Richard Gregory hat solche Beispiele auch festgestellt und gesammelt und hat in seinem Buch The Psychology of Seeing einen Hypothesengenerator formuliert und dargestellt, den ich jetzt hier etwas vereinfacht habe. Er unterscheidet noch zwischen verschiedenen Arten von Wissen. Das brauchen wir jetzt an unserer Stelle nicht so sehr. Dieser Hypothesengenerator ist für uns eigentlich eine sehr schöne Darstellung dessen, was hier eigentlich passiert. Es gibt bei dem Hypothesengenerator quasi drei Wege in das Gehirn hinein. Und in dem Gehirn in der Mitte steht Hypothesengenerator dran. Das heißt, wir haben in unserem Kopf einen Hypothesengenerator, der immer eine Annahme darüber bildet, was in der Umwelt gerade zu sehen ist. Die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist für ihn also immer eine Hypothese. Und das würden wir auch so unterschreiben. Deswegen steht auch darüber Wahrnehmung als Hypothesenbildung. Was kommt rein in den Hypothesengenerator? Gucken wir mal von unten an. Wir nehmen mal an, dass es draußen eine Realität gibt in unserer Umwelt, die man auch tatsächlich wahrnehmen kann. Und die wird irgendwie über Sensoren, also über Signalverarbeitung in den Hypothesengenerator hineingebracht. Das ist der Teil, über den ich im letzten Video gesprochen habe. Nämlich was im Auge so passiert. Das ist die Signalverarbeitung. Darüber kommt etwas in den Hypothesengenerator hinein. Das reicht aber natürlich nicht, um wirklich eine Hypothese über die Umwelt machen zu können. Es braucht den Top-Down-Teil, der von oben runterkommt. Das heißt, es braucht Wissen. Und das ist entweder Situationswissen oder das kann auch allgemeines Wissen über die Welt sein. Und dieses Wissen muss mit dazukommen, damit in dem Hypothesengenerator eine Hypothese gemacht werden kann. Und das ist dann die Wahrnehmung. Also das könnte zum Beispiel sein, dass man ein solches Glas wieder auf der rechten Seite wahrnimmt. Aber ob es tatsächlich ein Glas ist, was ich da wahrnehme, das braucht eine Rückkopplung. Das ist die Differenzerfahrung, über die ich gesprochen habe beim vorletzten Mal, also in der vorletzten Woche. Das heißt, wenn ich da so etwas sehe und ich habe dann die Annahme, es handelt sich hier um ein Trinkglas, dann kann ich die Realität manipulieren. Ich kann das Glas zum Beispiel hochnehmen und irgendwie in irgendwelche Richtungen drehen und kann dann feststellen, tatsächlich, es ist ein Glas. Oder ich kann zumindest die Hypothese weiter bestätigen. Oder aber ich stelle fest, nein, das ist ja gar kein Glas hier, sondern das ist vielleicht nur so ein Aufsteller gewesen, der aufsieht wie ein Glas. Wie man das vielleicht so im Restaurant mal gesehen hat, dass irgendwie so interessante Aufsteller irgendwo stehen. Man hat sich getäuscht. Das geht über diese Richtung der Manipulation nach unten und dann neue Signalverarbeitung. Dann hat sich die Hypothese geändert oder bestätigt. Differenzerfahrung haben wir das genannt. Und dann gibt es eine Rückkopplung zum Wissen. So, soweit der Hypothesengenerator an dieser Stelle. Und jetzt sehen wir noch von links her Abkürzungen. Abkürzungen sind die Teile oder die Bereiche des Wahrnehmungssystems, die schon fest eingebaut sind, die also quasi in die Architektur hineingebaut sind, wo wir nicht mehr über das Wissen und über die Signalverarbeitung gehen müssen oder zumindest nicht mehr über das Wissen, das individuelle Wissen irgendetwas korrigieren können, sondern wo Eindrücke so eingebaut sind, dass sie auf jeden Fall entstehen. Und da gibt es auch einige davon, denen wir uns nicht entziehen können. Gucken wir uns mal ein paar dieser Hypothesen an. Es geht ja offensichtlich immer um Hypothesen. Was für Hypothesen können wir denn feststellen? Wir können solche Hypothesen zum Beispiel an den Konstanzphänomenen festmachen. Und Konstanzphänomene sind etwas, das ist schon sehr lange in der Wahrnehmung beobachtet worden. Und in unserem Zusammenhang, in diesem Hypothesenzusammenhang, sind das alles Hypothesen, die man formulieren kann, die alle von einer Grundhypothese ausgehen, nämlich von einer Hypothese, dass die Welt im Großen und Ganzen stabil ist, dass sich also die Dinge nicht einfach so ändern. Und da aus dieser Hypothese kann man diese Konstanzphänomene ableiten. Schaut mal dieses hier euch an. Was seht ihr? Ihr seht einen Teller. Und was seht ihr jetzt? So, jetzt könntet ihr behaupten, dass dieser Teller von sich aus seine Form geändert hat. Das würdet ihr aber nicht machen. Ihr würdet nicht sagen, dass dieser Teller seine Form geändert hat, sondern ihr würdet stattdessen sagen, dass ihr eure Position zum Teller verändert habt oder die Position des Tellers zu euch, das tut hier für ja keine Sache. Die relative Position zueinander jedenfalls hat sich verändert. Warum ist das so? Weil man eine Formkonstanzhypothese hat. Also man hat immer die Hypothese, wenn sich die wahrgenommene Form eines Objektes ändert, dann interpretiert man das nicht als Formänderung, sondern dann interpretiert man das als Änderung der Perspektive zu dieser Form. Eine andere Hypothese ist ganz ähnlich, nämlich diese hier. Was ist jetzt passiert? Jetzt würdet ihr auch nicht sagen, dass der Teller von sich aus größer oder kleiner geworden ist, sondern ihr würdet immer sagen, nein, die Hypothese, die Grundhypothese ist, dass die Umwelt stabil ist. Also ändern Gegenstände nicht von sich aus einfach so mal ihre Größe, sondern ihr geht davon aus, dass ihr eure Entfernung zum Gegenstand geändert habt. Also der Gegenstand ist näher gekommen oder weiter weggekommen oder ihr seid näher herangegangen oder weiter weggegangen. Es hat sich nicht die Größe des Gegenstandes verändert. Das ist die Hypothese, die hier dahinter steckt. Eine weitere Hypothese ist die der Helligkeitskonstanz. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt irgendwie ein Objekt und das Objekt ist einmal hell beleuchtet und einmal nicht so hell beleuchtet oder die Beleuchtung ändert sich, dann würdet ihr halt eben genau dieses annehmen. Ihr würdet nicht annehmen, dass sich die Helligkeit eines Objektes selber, also seine Reflexionseigenschaft, wenn man so möchte, auf einmal verändert, sondern ihr geht immer davon aus, wenn sich die wahrgenommene Helligkeit eines Gegenstandes verändert, dann hat sich die Umgebungshelligkeit verändert. Und das sieht man auch sehr schön hier rechts an dieser schönen Darstellung, dass man so eine Kompensation für Umgebungshelligkeiten macht. Ihr nehmt ja wahr, dass die Figur C und die Figur A, also die Fläche A und die Fläche C, muss man eigentlich sagen, gleiche Helligkeit aufweisen. Ihr nehmt nicht hier wahr, dass die Fläche B und die Fläche A gleiche Helligkeit aufweisen, obwohl es rein technisch so ist. Wenn man jetzt rein mit einem Belichtungsmesser hingehen würde, sind B und C gleich hell und A ist erheblich heller. Aber nein, man geht davon aus, dass es sich hier um eine Änderung in der Beleuchtungssituation handelt. Das ist Helligkeitskonstanz. Es gibt dann noch die Farbkonstanz, die ist ziemlich ähnlich und hier habe ich ein schönes Beispiel. Das habe ich im Februar gemacht, da bin ich an der Sparrenburg gewesen in Bielefeld. Da habe ich ein paar Fotos gemacht und erst war es bewölkt. Da habe ich das erste Bild gemacht und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und wenig später hat sich das ein bisschen aufgeklagt und die Sonne kam raus. Und dann bin ich an fast die gleiche Stelle nochmal gegangen, habe fast das gleiche Bild nochmal gemacht. Aber ihr seht jetzt, dass diese beleuchteten Wände zum Beispiel, diese Wand da geradeaus, wo der Schatten so quer drüber fällt, jetzt eine andere Farbe haben. Aber man interpretiert das nicht so, als hätte sich die Farbe der Wand geändert, sondern man interpretiert das als Änderung der Umgebungsbeleuchtung. Das sind die Konstanzphänomene und jedes dieser Konstanzphänomene kann ich als Hypothese auffassen. Und das alles unter der großen Hypothese, dass wir eine Umwelt haben, die in sich stabil ist. Fassen wir die Konstanzphänomene gerade nochmal zusammen. Wir haben die Formkonstanz. Wenn sich also die Form eines Objektes in unserer Wahrnehmung ändert, gehen wir davon aus, dass sich unsere Perspektive auf dem Gegenstand geändert hat und nicht etwa die Form des Objektes. Wenn sich die Größe eines Objektes in unserer Wahrnehmung ändert, gehen wir davon aus, dass sich der Abstand zum Objekt verändert hat und nicht etwa das Objekt selber seine Größe geändert hat. Wenn sich die Helligkeit eines Objektes ändert, gehen wir davon aus, dass sich die Umgebungsbeleuchtung geändert hat und nicht, dass das Objekt selber hell oder dunkel geworden ist. Und wenn sich die Farbe eines Objektes ändert, gehen wir ebenfalls davon aus, dass sich Umgebungseigenschaften, Beleuchtungseigenschaften geändert haben. Zum Beispiel, dass es mal bewölkt ist und mal sonnig ist. Und dann haben wir halt einen anderen Eindruck von dem Gegenstand. Aber wir gehen davon aus, dass er seine Farbe grundsätzlich behält. All das kann man hier beziehen auf den Hypothesengenerator. Denn wir haben halt von oben top-down dieses Wissen darüber, dass sich die Umgebung unserer Umwelt nicht ständig ändert, dass die relativ stabil ist und wir nicht ständig Änderungen der Objekte unterworfen sind. Soviel erst schon mal für dieses Video. Und wir enden hier mit diesem Hypothesengenerator, der uns jetzt noch öfter mal verfolgen wird. Und wir gucken uns im nächsten Video ein paar Folgerungen daraus an, die man schon auf die Gestaltung beziehen kann. Und gucken uns auch noch weitere Hypothesen an. Vor allen Dingen kümmern wir uns auch mal um so etwas wie optische Täuschungen und gucken mal, ob optische Täuschungen eigentlich auch was mit Hypothesen zu tun haben.